In der heutigen News-Folge geht es um. Frankreich-Layout wird geändert, Vertragsprobleme zwischen Hamilton und Mercedes. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Der diesjährige Frankreich Grand Prix wird auf einem geänderten Layout stattfinden. Das haben die Organisatoren bekannt gegeben und der neue Managing Director ist der ehemalige McLaren- bzw. Lotus-Team-Chef Eric Boullier. Man wolle das Überholen vereinfachen und falls die FIA offiziell ihr Jahr zum Einverständnis gibt, kann die Strecke innerhalb von nur vier Tagen angepasst werden. Bereits im Dezember gab es Gerüchte um das Layout. Die erste Kurvenpassage soll geöffnet werden, um im Bereich St. Boum einen größeren Bremspunkt zu schaffen. Dadurch entstehen zwei lange Geraden bzw. zwei Überholmöglichkeiten. Die Mistral-Schikane wird bleiben. Sie haben mehrere Monate Arbeit da reingesteckt und viel Simulationsarbeit mit der FOM gemacht. Zurzeit soll es wohl Probleme beim künftigen Vertrag zwischen Lewis Hamilton und Mercedes geben. Sie sind gerade dabei, einen neuen Vertrag auszuhandeln, doch es gibt eine Stelle, wo sie sich nicht einig sind. Laut der italienischen Zeitung Corriere dello Sport verlangt der sechsfache Weltmeister mehr Geld und möchte seinen Kontrakt um vier Jahre statt zwei Jahre verlängern. Eine Vertragsverlängerung von zwei Jahren hat die italienische Zeitung Gazette dello Sport berichtet. Laut der Gazette gibt es sogar eine Enthüllung der Geldnachfrage. Lewis möchte pro Jahr ein Gehalt von 55 Millionen Euro. Derzeit verdient er 42 Millionen Euro, was bis jetzt das höchste Gehalt in der Formel 1-Geschichte ist. Laut der Bestätigung von weiteren Quellen soll Hamilton eine Zwei-Jahres-Vertragsverlängerung beantragt haben, welches ein Jahresgehalt von satten 60 Millionen Euro wert ist. Noch ist Zeit, um dieses Problem zu lösen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin wirklich mal auf das Endresultat der Strecke gespannt. Mich würde auch mal interessieren, was der ganze Umbau kostet und wie viele Arbeiter daran beschäftigt sind. Nur vier Tage soll das dauern? Hm, klingt für mich eher nach kleineren Bauarbeiten, aber ich lasse mich gerne überraschen. Das sind aber sehr hohe Beträge, von denen gerade bei Mercedes und Hamilton die Rede ist. Mal sehen, wie das Ganze endet, beziehungsweise zu welcher Problemlösung sie kommen werden. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von BH2006. Er fragt, wie würdest du es finden, wenn die Strecke Mount Panorama in den Formel 1-Kalender kommt? Ich würde es extrem feiern, weil ich die Strecke sehr gut leiten kann. Allein die beiden Hochgeschwindigkeitsgeraden zwischen den Kurven 1 und 2 sowie 19 und 20, Da würden die Formel 1-Bulleten mit über 300 kmh hoch- bzw. herunterjagen. Und alleine die Streckendaten sind vielversprechend. Bis zu 16% Steigung, 174 Meter Höhenunterschied, 6,2 Kilometer Länge. Aber aufgrund der Sicherheit wird es dort wohl kein Rennen geben. Was schade ist, denn ich hätte dort wirklich gerne ein Rennen gesehen. Was haltet ihr von Mount Panorama und der Formel 1? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.